drei vier fünf mal in einem monat haben wir uns nicht gesehen wo der remler stefan recht hat da zögere ich mich auch mal bei ihm zu klauen aber hier geht es weder um himmlisches licht in der griechischen metropole noch um hochprozentiges in der steiermark wo bin ich hier ein erster hinweis es stimmt schon wenn ich meinen nach längerer abstinenz hier endlich wieder mal genossenen lieblingsort drei vier oder fünf mal aller remler pro mondphasen nicht gesehen habe dann drohen mir entzugserscheinungen klar wenn ich mit dem unvermeidlichen rollstuhl durch meinen schul und ich ziehe aber eigentlich das aus der sprachmodel planieren vor dann ist meine kleine welt für ein paar stunden erst mal wieder in ordnung und das gänzlich ohne athenssterne oder schnapps in ganz karteien schauen wir mal dann sehen wir schon hier die im videotitel angesagte ente und da sie auch die titelgrütze gemeint ist nämlich nicht etwa die äußerst beliebte rote grütze auf dem tisch sondern die grüne und da wiederum nicht das mit waldmeister aromatisiert die entengrütze die verwandelt zurzeit den doobesee mitten im schulgarten in ein grünes meer wenn auch ein kleines die